aber es war auch nervtötend sehr nervtötend desto recht wenn es teilweise nicht einmal irgendwie am platz gehabt hast den meyer zu machen weil fünf andere auf dich eigentlich ein dreschen einschießen und was so immer und du willst einfach nur die hast aber teilweise nicht einmal mehr einen überblick weil einfach nur noch mit elementen da um dich geworfen werden mit feuer wasser mit eis jedenfalls und schock weil es hier im jahr vielleicht ein bisschen spitzkirke wieder und schoß ein bisschen wasser und so dabei aber das ist wieder ein anderes thema also weiß ich nicht ob die vielleicht auch so ein paar affen gibt also aber vom roboter das wäre aber nicht oder schlecht das wäre nicht mehr so schlecht das ist was einbauen könnten in den nächsten teil ja super immer fertigkeitspunkte fertigkeitspunkte ich kann mehr kennen und ich würde mir kaufen du hast schon alles ich habe schon alles hier ist hier ist hier ist das ist nicht wirklich so dass die sich die gesellschaftlichen nur schön dass du das machst die mutschneid im ohr mtsch heute japanische ich tun er war hat kann ich nicht nicht ganz gerne die Lagen die Prüfungen für dich Möge dir Abzeichen für eine Waffe? Und wie? Und wie? Du bringst mir alle Abzeichen auf einmal. Damit wirst du viele Jäger neidisch machen. Obwohl das nicht schwer ist. Du bekommst von mir eine Logensprengschleuder, einen Logenseilwerfer und den Logenkriegsbogen. Herzlichen Glückwunsch. Du bist eine Meisterjägerin. Ich habe nur noch Zuspruch für dich. Hey, du bist Geister, es verändert sich viel. Inspirierend, dass Talaner Sonnen habe ich best. Ich kann da ja fast nichts mehr mitnehmen. Ist ein bisschen tragisch, aber okay. Ich kann da ja fast nichts mehr mitnehmen. Aber jedes Mal kann man das fast nicht mehr mitnehmen. Ah, das sind eh schon unsere Spezialdinger. Oh, okay, noch nicht. Aber ein paar mehr Spezialdinger. Ich drücke ein bisschen zu schnell. Okay, ich hoffe, das... Okay, passt. Aber es ist schon wirklich, soll das jetzt wirklich euer fucking ernst sein? Ich kriege nur den Scheiß. Ich habe mich über so viel gekümmert und so. Ah, wo kommt denn das jetzt endlich? Ich habe fast überhaupt keinen Überblick mehr, weil ich dann entweder so schnell und dann... Zeig, genau, zeig, zeig. Knöp, knöp. Okay, das sind dann angeblich... ...und dann noch nicht den letzten. Logen Sprengschleuder. Aha, okay. Logen und Logen Kriegsbogen. Ne, wie sagt es denn? Das ist doch alles gut. Frage ist aber, ob das auch besser ist. das muss man mal ausprobiert haben das ist nicht schlecht das ist nicht schlecht warte haben wir ja zwei gar wieso nicht wir haben ausprobieren dann aha okay die haben wir überhaupt nicht was 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 wahrscheinlich gibt es dann vielleicht doch wieder so extra upgrades für die kommt vielleicht möglich sein dass man die vielleicht auch wieder extra abtreten aber super dass er jetzt auch ein rufzeichen ist dabei das ist schon gut rufzeichen ist immer gut dazu weiß ich nicht wie viel es da noch alles gibt aber es gibt da noch einiges ja die biete kurslaufjagdgebiete ja haben wir ja eigentlich ist schon also hast und stellten zeigt sagt natürlich das machen wir nicht dann machen wir mal ne mission genau schauen wir mal ganz kurz hätte auch sein können dass man vielleicht irgendwas auf der karte ja neu anzeige haben wir uns mal dorthin da bin ich mal wieder gespannt dann reden wir mal wieder mit dem ja du bist schon super oder wir müssen dann noch das eine letzte banditenlager da noch machen oder er ist vielleicht selber ist vielleicht der handführer von den wer weiß wer weiß naja theorien gibt es immer also ich habe da schon meine theorien für was was bringt ihm das wie gehe ich jetzt so genau vielleicht erfindet er auch irgendetwas oder gehen wir vielleicht ein paar kann ein geschenk ja nicht ein geschenk wäre schon nicht also das würde mir aber auch freuen oh hi großer ganz zufällig in der Nähe ganz ganz zufällig in der Nähe soo weiten bauen wir eh nicht sammeln wir einfach mal ein bisschen was an und so vor alle Fälle ein bisschen leben und so bin ich aber auch gespannt wenn man dann wieder einsammelt das war ob wir vielleicht wieder auf eine neue Nähe mission treffen die ist egal die ist egal aber ich will wirklich jeder Nähe mission überzüge sehr schade finden wenn ich dann wirklich nicht jeder hätte das vielleicht wartet er auf die letzte aber wir waren ja schon also wir waren schon bei der letzten werden wir schon ein Trophäe gekriegt will ich mal es ist so bitter süß wie ein Lächeln mit blutigen Zähnen ah ja was ist denn los du siehst enttäuscht aus die Banditenclans sind fort in der Südebene soll noch einer abgedreht haben nur wegen unseres legendären Schaffens das war der Sinn dieses Blutvergießens die Banditen zu vertreiben aber jetzt ist niemand mehr zum töten da außer nein nein dann heißt es jetzt wohl lebe wohl nach all unseren Taten ist dies nicht der richtige Ort da ist ein Berg südlich von Meridian mit Blick auf die Speerschäfte trifft mich dort ähm wieso habe ich das Gefühl dass wir uns vielleicht ganz zu viel umbringen so ganz zufällig wie ich tun nur ganz kurz schnell sprechen und passen so aber die Frage ist aber auch noch was wollte er sagen also vielleicht wollte er uns da ja auch irgendwie mehr machen aber auch noch kurz ja warte das ist die falsche Richtung so wisst ihr automatisches Räten kennst du eh aus geh nach rechts bitte denkeschön aber kennst du eh aus kennst du eh aus kennst du eh kennst du eh weißt nicht ja hab Angst automatisch bitte automatisch reiten dankeschön so vielleicht weil es einfach kein Wegerl ist na geht doch na geht doch das muss aber ein bisschen schneller gehen gib mir ein bisschen ein ein Kraftfutter hm so wie es ein bisschen schneller geht plötzlich Speed was pfff aber ist auch schön ein bisschen die Landschaft wieder zu genießen ok passt Anlass zur Sorge Abschied und die Anlass zur Sorge um um erstens so und zweitens nah ist nah nah ins um um das das ein das ist das man der sind Mit dem Reiten und so und bisschen reden und so Aber so und so, wenn wir so spielen würde mich das überhaupt nicht stören Mhm, okay Ich glaube, wir müssen rauf Das ist dann eh gut, wenn wir dann so in die Richtung da gebracht werden Oh mein Gott, da muss gleich jeder niedertrampeln Okay, wenn er sagt Das Chip ist, wir müssen in die Richtung Dann werden wir schon einmal auf ihm das so vertrauen Man kann ja nie wissen, man kann ja nie wissen Vielleicht ist das ja auch einfach nicht oben, sondern unten Ja genau, dass man da vielleicht einfach nur so rundherum Und die sind ja schon wieder ein paar Tschüssli Müssen wir mal ganz kurz testen, was das ist Okay, der sperrt sich an Der sperrt sich an Alles klar, jetzt wissen wir, was ist Okay, jetzt wissen wir, es funktioniert Aha Okay Okay Okay, okay, okay Müssen wir nur noch einen Weg rauf finden Aber wir waren ja eh schon beim Satelliten, oder? Waren wir nicht schon beim Satelliten Wegen der anderen Na, das ist wieder bei anderen Orten Das schaut dann auch wieder ein bisschen anders aus Ah, da kommen wir rauf Da kommen wir rauf Da können wir rauf Einfach entlang Wenn dann ist es auch nicht so tragisch Wieso kommt's auch Wir sind ja mal oben Aha Das schaut geil aus Das schaut richtig geil aus Das schaut richtig geil aus Das kann aber auch eine richtig schöne Falle werden Das kann aber auch eine richtig schöne Falle werden So Wenn dies genau Schock Eis Mauer Mauer Super Aha Ich glaub, dass es sein so Freund Nein, der steht hier da nicht Ich hab mich unterwegs gefragt Na, ob du mich in ein Hinterhalt lockst Wo wäre denn da der Spaß? Irgend so ein Banditenlager wäre doch keine Arena für uns Aber das hier Viel besser Hier herrscht Dramatik Also, was sagst du? Was würdest du von einem Duell halten? Der hat auch nicht passt Alles muss enden Alles muss enden Bloß, du bist so ein pflichtbewusster Mensch Ich möchte dich nicht zu etwas unauthentischem drängen Vor allem der Tod Es gibt nichts Authentischeres Sehr rücksichtsvoll von dir Trotzdem annehmen Ich will nicht mehr machen Was? Zack Zack Oh Und wie Wie Oh mein Gott Okay Oh Oh Ist sogar ein Nahkämpfer Passt Und zack Au What? Mhm Haben wir so? Ist wirklich schön Man kann hier richtig schön testen und so Ha Oh Geil 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 Ja Ja Dann machen wir kritischen Täufer genau Wenn er schon am Boden liegt Oh, jetzt los! mehr gut nicht so besorgt ich sollte sagen ich wusste dass es so seit wir uns begegnet was zu tun ehrlich gesagt ich dachte ich schaffe nur darum das hört sich interessant an, was ist denn das?